Hallo, wir möchten Sie gerne mit dieser neuen Reihe mitnehmen in den Geonaturpark Bergstraße Odenwald. Es ist eine tolle Landschaft zwischen dem Ried, der Bergstraße, dem Odenwald und den Flüssen Rhein-Main und Neckar. Wir nehmen Sie mit in uralte Felsenlandschaften, wir zeigen Ihnen stille Pfade, wir zeigen Ihnen wunderbare Ausblicke und wir treffen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und die mit dafür sorgen, dass diese Landschaft geschützt und geschätzt wird, sodass wir sie gemeinsam mit Ihnen entdecken können. Seien Sie zusammen mit uns unterwegs im Geonaturpark Bergstraße Odenwald. Untertitelung des ZDF, 2020